Wir machen den grössten Burger der Schweiz, also den höchsten, und dann teilen wir mit allen Leuten, die so laufen. Wie hohe wird der Burger? Um die 77 cm. Der Boden ist ein Kebab-Brot, dann kommt die Burger-Sauce. Dann stapeln wir Fleisch, Klinge, Käse, Fleisch, Klinge, Käse, bis auf den Top. Dann kommt Salat, Tomaten, Gurken und eine Teche mit der Sauce. Dann bis zum nächsten Mal. Dann geht's. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020